Tats, Tats! Da mit Sommer, Sommer in Bremen, Sommer in Beiforna! Nicht anstrengen, aber so mühe, ganz oben! Da fahren Leute mit Räumen an. Da hast du Angst, dass sie ihnen das Backfleisch ins Kämmeritz legen. Der Spieler sinkt hin, der windet sich am Boden, dass du denkst, boah, ich meinte, dass ich den Kreissag reinkomme. Mit einer derberen Intensität, der weht sich den Grasbund durch. Als nicht kundige Zuschauer sagst du da, puh, Leichenbüll steht der Anruf für Kremator, ich hab auch's da rausgekommen. Ich bin eben geschossen, vor einer Geschwackenschränke steh'n sie beim Doktor. Also, wenn das unsere Eltern auch da hätten, dann hätten wir vor dem Doktor bewagieren können. Ich hab' mir mal gedacht, wie ich mit dem Nagel hängen blieb, da hab' mir das ganze Tannenl abgerissen. Das hat der Opa gesagt, dann kämpfst du wenigstens beim Zähnputzen besser dazu. Ich kann schauen, was du willst. Fäkalsprache überall, im Fernseh... Warte mal im Fernsehauftrag! Fernschlägige Sendungen? Skinspringen! Sag' der Goldberger, wenn der Kraftl am Balken, wo man sitzt, wenn ihm jetzt einer auskommt, kann's weit gehen. Mein Schatzprache